nein jetzt hast du gleich was zum freuen weil das gleich in die luft gehen werde glaube ich mal glaube ich nicht so wirklich aber nachher und glück habe ich da leider nicht ein großer blauer ach so das geht ja das geht nicht ich will über den großen folgen kleiner kommen her einmal so das ist gut muss einfach eigentlich nur mit schokopädie aus der ecke raus holen sie laufen alle nice noch mal her du kleiner scheiße folge mir folge mir fühlen sich jetzt alle mit strom und das ist so groß ich habe so viele große grüne männliche grüne wieder mal gar nicht wieder pimpel bereit haubert mäßig und sternstoff runtergekommen bei mir okay bei mir aber auch doch ich habe mal wieder ein paar gekillt eben so strom also viele grüne brauche ich mir nicht überhaupt nicht ach doch die gelben stirbt erst mal ein paar gelbe kinn weil du mörder bist gerade im moment nicht mehr so wirklich weil du mörder bist ja ich weiß boah ihr gelben verpisst euch in der heft so okay das passt schon jetzt habe ich zwar viel gelbe noch ach was macht der blaue denn hier hallo durch verarschen kann man mit ach habe ich vergessen den folgen wegzumachen oder wie man ist das video ehrlich sag jetzt nix hat es wohl irgendwo her das ist so dumm ist da gleich hier jetzt ist das auch noch hart geworden ich glaube ich krieg ein rappel hier bleibt stehen so dass alles das ist noch fertig das ist noch fertig und dann ist alles grün anmalen und fertig wenn ich meine eimer geblieben verbrauchen sich doch gar so da sind sie ja das kann ich sagen die verbrauchen sich doch gar nicht ne eigentlich nicht ich glaube die verbrauchen sich wenn du die in liquid tesseract reinpackst weil die kapseln verbrauchen sich das weiß ich ja die verbrauchen sich sowieso was auch ein bisschen komisch ist da müssen wir eigentlich nur so reinstechen und abpumpen aber naja wo sind energie linkkarten ok energie linkkarte blank die musst du ja auch noch köpfen oder bei dir bei dir weil sie nicht sieht so nach nach logistik pipes aus weil sie nicht müsse mal mehr du kleiner grüner das läuft so jetzt müssen nur noch hier die strudel angebaut werden und groß und jetzt bleibt stehen ok alle das ist geil mit dem kuchen wollten eigentlich nach zwei stunden aufhören ja ne nein da sie nicht wo darfst du dir eigentlich eine größere festplatte geholt soll ich dir mal sagen nein oder fragst du dann auch aber nur so wir können auch ein bisschen machen na aber es kommt raus ein blauer ein schwein ein schwein kommt raus naja ich muss einen drüber schieben verdammt boah das ist ja nicht so gut die ganze zeit hin und her ein grüner ja willst du mich verarschen obwohl ich mach den soo bist du wieder komm her komm her grün so na was kommt raus was kommt raus was kommt raus so grün boah yay gefällt dir doch nein gib einen daumen hoch wenn es dir gefällt so ich muss den kleinen scheiße herz machen ach die sind falsch so la 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 naja bitte oft zu singen la 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 mi hase dummies O Hubbard la 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 naja das ist gut ich weiß aber nicht mit dir von ja du kleiner scheiße und groß was willst du ist ja der kleine scheiße auch wenn die gerade groß geworden sind dann wollen sie nicht brauchen nee wirklich so hallo die sind gerade erst mal in die pubertät du willst direkt zum ficken wieder ein kleiner 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 grüner kaktus centos centos sie wollen nicht nur aber ein kleiner grüner kaktus dort dort ein grün hallo hallo das ist einfach kill vielleicht ja warum ist hier warum ist hier warum ist hier das ist ja so ein homo flash das hast du auch falsch hier so ist wieder schön in grün grün ist die offnung dass es funktioniert hat auch geklappt ich brauche wieder sand weil mit sand geht der flüssig schiss schneller hart ist so riesel der sand der sand der riesel der sand ich brauche jetzt lava dinge so wo kriege ich jetzt laba am schnellsten her ich weiß mich labern schnellstehen benutzt eigentlich noch die schmelzerei schmelze wirklich du wenn ich böcke herstellen will direkt und ich habe irgendwie weiß ich nicht zinn oder ich habe gerade darauf überall wieder slimes aber sonst benutze ich das gar nicht mehr so richtig für aluminium zum beispiel oder ich will halt in größeren mengen und nicht halt dabei sein elektrum machen das ist ja nicht schlecht das ist ja auch direkt mischt ja das habe ich auch zuletzt noch damit hergestellt das stimmt es lohnt sich einfacher einfacher weiß ich nicht aber wie war das noch ein elektrum war das nicht mit silber silber und körper nein silber und gold ja und silber hat man kaum noch weil ich kaum noch silber irgendwo gefunden habe jetzt sind die angeschaltet ach so ich brauche meinen schlüssel habe ich in der hand da muss ich sie noch umsetzen dass ich richtig auspumpen und dann geht es warte noch ich will dass sie fertig machen ja mach das kannst du mir doch noch gönnen vielleicht ich könnte sie nicht ja du kannst mir nie was ne wozu bist der flash dann siehst du na was macht man die chipset denn da unten na wie weit seid ihr ja der hat noch zu arbeiten muss auch ein bisschen redstone rein tun dann siehst du du kannst ein bisschen redstone rein tun ich kann es hier fertig friemeln dieses umschalten der dinger das nervt ist d d d d d h h ающ dann die youtube money an youtube money das geld aus den taschen den hat youtube money du bist einfach nur fanny fanny fresh das ist nicht so was warte was war das fanny fisch noch mal was die pommes der mich nur kopiert so das läuft das jetzt hier hat wie läuft das jetzt hier hallo kannst du mal hier machen